willkommen bei meinem kanal heute mache ich einen vlog aber nicht so ein vlog normal sondern in schule und aber ja ich kann es vielleicht da filmen oder sonstiges so oder egal was und ich mache das vielleicht mit meinem handy nicht mit meiner große kamera und ja dann wir haben gerade 6 uhr 10 und schule beginnt so um 7 uhr 13 und ja dann so bis gleich zuerst meinen rucksack packen und dann zähne putzen und dann geht's und ja dann so Leute hier ist mein rucksack da ist nichts und ich muss jetzt packen für die schule und ja mache es schnell und wenn ihr seht im Hintergrund BVB ich bin jetzt BVB Fan und ich gucke eigentlich kein Fußball und ja diese BVB Plakat das ist von meinem Bruder und ja ich gucke ein ich gucke nicht Fußball und nur meine Eltern aber ist nicht und ja dann ich habe alles gepackt und ja mein Portemonnaie mein Schlüssel und ja dann ich packe es schnell also ich kann nicht mit einer Hand machen weil das ist voll schwierig aber egal und ja dann wir sehen uns gleich beim Zähne putzen dann so Leute ich nehme diese Kamera nicht in die Schule sondern ich filme immer wenn ich darf oder so kurz mit meinem Handy und ja dann dann let's go Zähne putzen und ja ciao so Leute ich bin fertig mit Zähne putzen und wir haben jetzt gerade 6 uhr 38 und ja dann ich zeige ein bisschen mein Insta Snapchat aus und ja dann bis gleich eben keine Ahnung und ja dann bis gleich einfach und wir haben so jetzt haben wir 6 uhr 52 sieht man das glaube ich schon und das heißt jetzt für mich ist hier auf mein Computer und und ich bearbeite meine Videos und ja dann bis gleich wenn ich bin fertig und ja Yo Leute mein Kamerator hat jetzt kein Akku mehr und ich nehme auf jetzt mit meinem Handy und ich schneide gerade mein Video fertig und nach der Schule muss ich weiter schneiden dieses Video weil das ist nicht so perfektes Video was ich wollte und ja dann bis gleich Yo Leute ich mache gerade Computer aus und ich nehme meine Kopfhörer mit und das da das macht automatisch aus und ja dann ich gehe jetzt zur Schule Ciao 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 Ja Leute, es ist Vince wieder. Ich bin sehr k.o., keine Pause gehabt und jetzt habe ich die Kommentare von euch gelesen und wieso sagt ihr für mich, du bist da, du keine Ahnung was und ja, wieso? Schreibt mir unten in die Kommentare, wieso schreibt ihr sowas für mich? Und ja, ich muss weiter und ich kann euch mitnehmen zu meiner Klasse, weil das ist dort verboten zu filmen, überall verboten, außer hier und ja, dann wir ziehen uns in mein Aufzug, wenn ich hier nach Hause in mein Aufzug bin hoch, bis dann, bis später. Ja Leute, ich bin im Aufzug gerade, ich fahre nach Hause und wenn hat das Video euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben, da abonniert mich, saltet die Glocke ein und die Hater da draußen, ich habe vergessen euch zu sagen, die Hater da draußen, fickt euch und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und bis nächsten Samstag und das bis hinten, keine Ahnung, psst.